Wenn Sie zur Gattung der Sparfüchse gehören, dann habe ich genau das Richtige für Sie. Mit dieser hochintelligenten Mehrfachsteckdose wird das Stromsparen im Wohnzimmer zum Kinderspiel. Dank der platzsparenden 45 Grad Anordnung ordnen Sie die Stecker von Satellitenreceiver, DVD-Player und Co. problemlos nebeneinander an. Der besondere Clou. Die Steckdosenleiste sorgt für ein harmonisches Zusammenspiel von einem Haupt- und bis zu vier Nebengeräten. Wird der Master eingeschaltet, bekommen auch die anderen Geräte Strom. Und damit Sie die Leiste dennoch außerhalb des Blickfeldes anbringen können, ist der Infrarotsensor an einem Extrakabel befestigt. Die ideale Ergänzung fürs Heimkino. Denn beim Einschalten des Fernsehers aktivieren Sie nun gleichzeitig den Satellitenreceiver, Videorekorder, DVD-Player und die Surround-Anlage. Reduzieren Sie jetzt den Standby-Stromverbrauch Ihrer Geräte um ein Vielfaches. Dank dieser cleveren Steckdosenleiste genügt ein Handgriff mit der Fernbedienung. Also, seien auch Sie clever und greifen Sie zu. Reduzieren Sie jetzt den Standby-Stromverbrauch.